Es gibt unterschiedliche Gründe, in die Region Hamburg zu ziehen. Zum Beispiel, um mehr Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Für viele stellt sich dabei die Frage, wo genau wollen wir hinziehen? Bei der Umzugsplanung sollten Sie Ihre wichtigsten Anlaufpunkte im Blick behalten und dabei auch Ihre individuellen Kosten für Wohnen und Mobilität berücksichtigen. Unser WOMO-Rechner gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Wohn- und Mobilitätskosten an Ihrem favorisierten Wohnort. Geben Sie dafür einfach Ihre persönlichen Daten ein. Sie sind noch nicht sicher, wo Sie wohnen wollen? Dann hilft der Überblicksmodus weiter. Geben Sie einfach ein paar weitere Daten zu Ihrer Wohnidee ein, um die durchschnittlichen Wohn- und Mobilitätskosten herauszufinden. Oder Sie wissen genau, wo Ihr neues Zuhause sein soll? Dann nutzen Sie den Standortbewertungsmodus. Je mehr Details Sie zu Ihrem Wunschort angeben, desto genauer ist der Vergleich. Fahren Sie eher mit dem Auto? Oder nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel? Probieren Sie unterschiedliche Angaben aus und vergleichen Sie die Ergebnisse. Falls die voreingestellten Angaben zu Wohn- und Mobilitätskosten nicht mit Ihren Bedürfnissen übereinstimmen sollten, können Sie sie einfach manuell anpassen. Stellen Sie bis zu drei Wunschadressen gegenüber. Zusätzlich können Sie auch die entsprechende CO2-Bilanz einsehen. Rechnen Sie mit uns und testen Sie unseren kostenlosen Wohn- und Mobilitätskostenrechner.